Musik Let's go! Musik Wir treffen uns ein Treffen von Studenten der Holztechnik und der Forstwirtschaft, die sich einmal im Jahr in einem europäischen Land treffen. Das Treffen gibt es seit mittlerweile 25 Jahren. Hi, I'm Arne from Germany. From Poland. From Spain. I'm from Poland. I'm from Switzerland. From Spain. From Madrid. I'm from Finland. I'm from France. Hamburg. Germany. I'm from Finland. InterFOB is a very excellent network of students of different schools in science and technology. It is self-organized by the students. And the meaning is in French. It means international forest and wood. I think at the end it's like, yeah, everybody has the same love to the wood sector and forest. Wie gut auch die unterschiedlichen Nationalitäten miteinander arbeiten können, weil sie ja alle den gleichen Hintergrund haben, nämlich sie wollen mit Holz arbeiten, das ist einfach schön. Man lernt andere Studenten kennen, man lernt sie auf einer anderen Ebene kennen, als wenn man sie in einem Hörsaal trifft und letztendlich können wir es immer wieder runterbrechen, indem wir sagen, ich liebe dieses Material und ich möchte damit arbeiten. das ist dann quasi der Länder, auf dem wir uns treffen, um gemeinsam eine schöne Woche zu verbringen. Also es gibt Workshops, wo die unterschiedlichen Studenten sich zusammenfinden können und zusammen an einem Projekt arbeiten, das war zum Beispiel eine Bank, die sie bauen sollten und ein Wurfgeschoss. Wenn man so einfach arbeiten kann, mit so einem einfachen Equipment arbeiten kann, dann alle sind auf der gleichen Ebene. Und von der Forst und von der Furniture sind es die gleiche. Es ist toll, dass wir die Möglichkeit haben, so einen Austausch überhaupt zu machen. Für mich ist es einfach schön zu sehen, dass so viele unterschiedliche Länder zusammenkommen. Wir sind den Sponsoren dafür auch sehr dankbar. Es gibt noch eine Exkursion zu unterschiedlichen Firmen, die so ein bisschen einen Einblick geben lassen in ihr Arbeitsleben und auch die Möglichkeit oder das Angebot stellen, dass die Studenten da vielleicht auch eines Tages mal arbeiten können. Wir machen die Exkursion, damit sich die Firmen, die uns unterstützt haben, sich selbst auch präsentieren können und eben mit den jungen Studenten, die demnächst in die Wirtschaft gehen, direkte Kontakte aufzuknüpfen. Wir haben eine Firma zu besuchen und es gab auch eine Person, die uns informiert über die Jobs, die sie in verschiedenen Ländern haben. Und ja, das ist großartig. Also wir von Robeta, wir unterstützen und sponsern die Interfob auch deshalb, weil es eben um den Nachwuchs geht. Ja, es ist eigentlich eine Investition in die Zukunft irgendwo. Das Programm der Interfob ist eine gewachsene Tradition. Wir haben einen internationalen Abend, wo sich die verschiedenen Kulturen präsentieren können. Und wir haben einen Tag, wo wir dann unsere Hochschule besuchen fahren, um dort die Hochschule auf unsere Art und Weise zu präsentieren. Wir können unsere Universität präsentieren. Und so die Studenten lernen über unsere Kursen, unsere Fassibilitäten, unsere Umstände, wie sie lernen und wie sie lernen lernen. Und so ist es ein guter Gespräch. Also Sie sehen, wie die Universitäten in anderen Ländern sind, wie groß die Universitäten hier sind. Es ist unglaublich. Ich kam zur Interfob, weil es viele interessante Leute gibt und viel Spaß. Wir haben neue Leute kennenzulernen. Fantastische Zeit. Ich habe so viele neue Freunde kennenzulernen. Ich habe neue Leute kennenzulernen und etwas Spaß gemacht. Was ist es für Sie? Vielleicht auch zur Party? Musik Musik